In diesem Video stelle ich dir die erste Runde der Frankfurter Stadtmeisterschaft vor. Die erste Runde der Frankfurter Stadtmeisterschaft fand vor drei Wochen montags statt. Mittlerweile sind auch einige Runden mehr schon gespielt worden. Aber diese Runde hat an diesem Montag vor drei Wochen stattgefunden. Und ich spiele hier mit Schwarz gegen einen Gegner, der eine Wertungszahl von etwa 1500 hat. Ich wusste das vor der Partie aber noch nicht, weil ich nicht nachgeschaut hatte und direkt zur Partie gegangen bin. Und wir schauen uns am besten gleich an, wie diese Partie hier eröffnet wird. Mein Gegner mit Weiß spielt hier erstens E4. Und auf E4, ich will natürlich gewinnen hier in der ersten Runde, gerade weil ich auch gesetzt bin, spiele ich den Zitzianer. Weil es einfach mit einer der schärfsten Eröffnungen ist, am meisten Potenzial bietet. Und man kann hier die Neidorf-Variante spielen, man kann den Drachen spielen. Super scharfe Varianten, die es hier überall gibt. Ich habe ja auch schon einige Videos zum Zitzianer gemacht. Mein Gegner spielt jetzt aber C3, was eher eine geschlossene Variante des Zitzianers ist und als der Alapin-Zitzianer bekannt ist. Auf C3 spiele ich ganz gerne hier mit Springer F6 weiter. Ich glaube, ich habe auch schon ein Video zu dieser Variante gemacht. Falls ich das finde, dann werde ich es dir hier oben auch verlinken. Und auf Springer F6 hat Weiß eigentlich keine großen Optionen. Wenn er hier irgendwie ambitioniert spielen will, muss er E5 machen, hat mein Gegner auch gespielt. Jetzt folgt hier Springer D5 und D4. Mit der Idee jetzt, das Zentrum zu besetzen. Ich nehme auf D4 raus und anstatt sofort wiederzunehmen, was Schwarz sehr einfaches Spiel gibt, anschließend kann ich hier D6 spielen, Springer C6 und so weiter, einfacher Aufbau, spielt mein Gegner mit Springer F3 und opfert diesen Bauer kurzfristig. Soweit ist das auch alles noch bekannt. Es folgt hier Springer C6, schlägt D4. Ja, den Bauer kann ich nicht wirklich nehmen. Das Bauernopfer anzunehmen ist wirklich sehr gefährlich. Anschließend folgt jetzt hier D6, Läufer C4, Springer B6. Ja, ähnlich wie im Aiechin. Der Läufer wird jetzt von dem Springer wieder angegriffen und mein Springer wird halt ständig rumgescheucht, während Weiß das Zentrum hat. Allerdings muss der Läufer jetzt ziehen, er geht nach B3 und jetzt hängt der Bauer auf E5. Also, er hängt nicht, aber ich kann ihn zumindest tauschen. Und ich dachte hier schon, dass ich ganz gut stehe, weil ich dachte, es erzwingt den Damentausch. Egal was Weiß hier macht, wenn er mit dem Springer nimmt, kann ich wieder nehmen und anschließend hier auch die Damen tauschen. Und hier sollte Schwarz echt keine Probleme mehr haben. Die Stellung ist auf jeden Fall ausgeglichen. Und hier kann ich dann locker noch ein bisschen was versuchen. Habe hier auf jeden Fall kein Risiko mehr. Aber mein Gegner hat mich überrascht und hier mit D5 weitergespielt. Der Zug war mir unbekannt. Und hier habe ich dann ein bisschen überlegt. Und habe dann aber gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht so gut sein. Wenn ich hier jetzt einfach mit Springer A5 spiele, was ich auch in der Partie gemacht habe, kriegt Weiß noch Probleme. Gerade der Bauer auf D5 ist schwer gedeckt zu halten, wenn man dann auch gleichzeitig noch den Weißwertrigen Läufer behalten will. Und der Läufer ist natürlich eine starke Figur, kontrolliert die ganze Diagonale, kann hier auch mal auf F7 Druck machen. Den will Weiß eigentlich nicht so gerne abgeben. Mein Gegner hat jetzt trotzdem mit Springer C3 weitergespielt, um hier den Bauer zu stützen. Und jetzt kriege ich natürlich den Weißwertrigen Läufer. Ich dachte, das ist einfach eine super Stellung jetzt. Und habe hier mit Springer Steg B3 weitergespielt. In der späteren Analyse habe ich dann auch noch festgestellt, dass man statt Springer Steg B3 hier auch ganz gut mit F6 spielen kann. Was eine sehr trickreiche Variante ist, denn hier behält Schwarz jetzt den Bauer. Aber man muss sich hier auf jeden Fall auskennen. Denn Schwarz schwächt natürlich hier auch seine Struktur. F6 kein Zug, den man so gerne spielt. Man will ja hier eigentlich auch hinrochieren. Die Diagonale wird geschwächt. Sehr zweischneidiges Schwert. Deswegen, Springer Schlägt B3 ist auch kein schlechter Zug hier. Es folgt Dame Schlägt B3. Die Dame kommt jetzt ins Spiel. Und hier habe ich E6 gemacht. Das Ganze wurde auch schon zigmal bereits gespielt und wurde schon häufig gesehen. Ich kannte die Stellung tatsächlich nicht mehr. Und habe hier auch schon ein bisschen länger überlegt, weil ich mir nicht mehr so ganz sicher war, was hier alles geht für Weiß. Er kann hier auch mit Dame B5 Schach mal spielen oder Springer B5. All solche Tricks muss man hier im Auge behalten. Mein Gegner spielt jetzt mit Springer Schlägt D5. Und hiernach wird es ziemlich interessant. Weil Schwarz muss sich jetzt entscheiden, wie er hier weiterspielt. Und es droht natürlich jetzt auch mal Dame B5. Wonach ich das Schach nicht so gut blocken kann. Ich müsste auf jeden Fall eigentlich meinen Läufer abgeben. Ich habe jetzt erstmal den Bauer genommen, nach reiflicher Überlegung. Eine andere Option wäre es hier gewesen, mit Läufer D6 zu spielen. Sieht auch sehr logisch aus, einfach den Läufer zu entwickeln. Und nach Dame B5 Schach kann man hier mit König F8 tatsächlich spielen. Muss nicht mal rohieren und hat jetzt alle Figuren im Spiel. Schwarz hat auch das Läuferpaar. Das ist angenehm spielbar hier. Okay, wir gehen nochmal zurück. In der Partie habe ich sofort auf E5 genommen. Das war meine Idee hier. Und mein Gegner spielt weiter mit hier Läufer E3. Entwickelt seinen schwarz-fältigen Läufer. Auf jeden Fall ein logischer Zug. Und hier habe ich mich schon ziemlich unwohl gefühlt. Weil wenn wir uns einfach mal die Stellung anschauen. Okay, Schwarz hat einen Bauer mehr. Das ist auf der Seite für Schwarz auf der Waagschale. Aber dafür hat Weiß bereits alle drei Leichtfiguren gut im Spiel. Also wirklich gut auf guten Feldern. Der Springer steht hier aktiv. Der Springer da macht auch Druck auf mein Zentrum. Der Läufer ist gut im Spiel. Kann hier vielleicht mal tauschen. Während meine Leichtfiguren beide noch hinten drin sind. Mein König noch nicht in Sicherheit ist. Und hier mitten im Zentrum steht. Und deswegen wusste ich hier schon, okay. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, kann es ganz schnell gefährlich werden. Und tatsächlich habe ich hier nicht den besten Zug gefunden. Am besten wäre es hier gewesen, einfach sofort zu versuchen zu hochieren mit Läufer E7. Und nach Dame B5 Schach geht jetzt Läufer D7. Hier kann sich alles abtauschen. Und am Ende kommt lange Hochhade. Weiß wird den Bauer früher oder später zurückgewinnen. Und die Stellung ist sehr nah am Ausgleich. Aber nach meinem Zug, den ich gespielt habe, nämlich Läufer E6, was den Bauer hier deckt, kann Weiß im Vorteil kommen. Auch wenn es kein großer Vorteil ist. Nach Läufersteg B6 steht hier Weiß etwas besser. Dame Steg B6. Dame A4 Schach. Und mein König müsste ziehen. König E7 spielt man jetzt auch nicht so gerne. Und wenn ich hier mit dem Bauer nehme, ist das auch nicht besonders gut, weil trotzdem Dame B5 Schach kommt. Jetzt müsste ich auch König E7 spielen. Weil ansonsten Läufer D7 verliert den Bauer. Und dann steht Weiß bereits auf Gewinn. Also keine angenehme Situation hier. Ich hatte etwas Glück, dass mein Gegner hier mit Turm D1 weitergespielt hat. Und hiernach spiele ich mit Läufer D6. Ich wollte mich jetzt sofort entwickeln, meine Figuren ins Spiel bekommen und rochieren. Dass mein König in Sicherheit ist. Das ist die höchste Priorität hier. Jetzt folgt hier Dame B5 Schach. Das Schach musste man natürlich berechnen. Und ich wollte hiernach mit Springer D7 weiterspielen. Springer Steg D7. Dame Steg D7. Dame Steg D7. Und König Steg D7. Die Variante hatte ich gesehen. Und obwohl Weiß jetzt den Bauer zurückgewinnt, mit Springer Steg D5, den Zug können wir auch noch machen, hat jetzt Schwarz hier das Läuferpaar. Und dieses Endspiel sollte einfach ein bisschen angenehmer für Schwarz sein. Ich habe das Läuferpaar. Ich habe die Türme bereits verbunden. Und ein bisschen aktiveres Spiel einfach. Meine Türme kommen auch gut auf die offenen Linien. Und das sollte hier eigentlich für Schwarz sprechen. Aber wir schauen uns mal an, ob ich es auch schaffe, das in der Partie irgendwie umzusetzen. Wir sehen jetzt König C6. Einfach um den Springer zu verscheuchen. Der steht dazu aktiv. Springer C3. Und jetzt B6. Mit B6 war meine Idee, dass ich meinen König hier zur Not auf B7 stellen kann, um ihn da abzusichern. Weil wenn ich jetzt sofort so etwas gemacht hätte wie Turm C8, Turm C8 würde einfach hier den Bauer einstellen, der nicht, aber den anderen Turm hier rüberziehe, ist Turm C1 sehr unangenehm. Weil jetzt hier auch lauter Abzugsschachs drohen, mein König steht hier mittendrin. Und deswegen, ja der Computer empfiehlt hier jetzt auch B6. Deswegen habe ich prophylaktisch sofort B6 gezogen. Jetzt folgt hier Kurzrohade und Turm D8. Und hier habe ich mich echt sehr wohl gefühlt. Ich habe einfach das Läuferpaar und Weiß hat praktisch nichts dafür. Und die Läufer sind ja im Endspiel dafür bekannt, dass sie ein bisschen besser sind. Wir sehen jetzt Turm C1 von Weiß, König B7, H3, Turm C8 und A3. Also mein Gegner spielt hier sehr sicher mit den beiden Bauernzügen, was mir wieder hier erlaubt hat, einfach meine Figuren aktiv zu stellen. Und ich stehe hier jetzt auf jeden Fall deutlich besser als Schwarzer. Wir sehen jetzt A6 von Schwarz, einfach um das Feld auf B5 mal seinem Springer wegzunehmen. Mag eine kleine Ungenauigkeit sein, ich könnte hier auch sofort aktiver spielen mit Läufer E5. Wobei ich auch Bedenken hatte, was nach F hier passiert, aber hier kann ich meinen Läufer einfach zurückziehen. Das ist kein Problem. Wir sehen A6, Turm E1, Turm C6. Ich will jetzt vielleicht auf der C-Linie verdoppeln. Springer E2, Läufer E5. Jetzt kommt der Läufer so oder so nach E5. Turm schlägt C6, König schlägt C6, Turm C1 Schach, König B7. Und Springer C3. Und es bleibt nach wie vor eine Stellung, die unangenehm zu spielen ist, mit Weiß. Einfach weil ich hier das Läuferpaar habe und das einfach sehr aktiv ist. Ich kann jetzt auch nicht so viel zu den nächsten Zügen sagen. Soweit alles gut. Jetzt kommt hier F hier. Und hier begehe ich einen Fehler. Der Läufer sollte hier auf dieser Diagonalen bleiben. Einfach um den Springer an das Feld C3 zu binden. Weil sobald der Springer wegzieht, würde der Bauer auf B2 hängen durch meinen Läufer. Ich habe aber stattdessen auch etwas Bedenken gehabt, wenn Weiß hier den Springer auf einmal nach C5 stellt. Dieses Schach kann unangenehm sein. Ich kann hier in Abzüge reinlaufen. Auch meinen Läufer auf E6 kann er dann schlagen. Das ist nicht so einfach zu berechnen. Und ich dachte tatsächlich, dass ich mit dem Läufer auf C7 da besser aufgestellt bin. Und eventuell auch Läufer B6 spielen kann. Einfach um hier das Feld auf C5 zu kontrollieren. Ich war sogar bereit hier die Läufer zu tauschen bereits. Weil ich das Gefühl hatte, irgendwie komme ich nicht richtig durch mit dem Läuferpaar. Das war auch einfach eine falsche Einschätzung. Lag vielleicht auch daran, dass ich schon etwas müde war um die Zeit. Es war ein sehr langer Tag für mich. Und wir haben erst um 18.30 Uhr gespielt. Ich war sehr früh wach an dem Tag. Hatte dann lange Schule. Hatte noch Schach AG, die ich für eine Grundschule gegeben habe. Und dann am Ende habe ich hier diese Partie noch gespielt. Und war natürlich schon ein bisschen fertig vom Tag. Aber es soll keine Ausrede sein. Wir schauen uns an, wie Weiß hier weiterspielt. Er spielt mit König F2. Und hiernach kann Schwarz wieder den Vorteil bekommen, indem ich hier mit F5 spiele. Aber zu dem Zeitpunkt der Partie hatte ich bereits auch nicht mehr so viel Zeit. Ich meine, wir sind jetzt schon im 30. Zug und einige Züge sind hier passiert. Und es gibt hier auch keine Zeitkontrolle. Das heißt, nach 40 Zügen kriegt man keine Zeit mehr dazu. Das war ein Nachteil in diesem Turnier. Und deswegen hatte ich hier schon ein bisschen abgeschlossen, irgendwie mit der Partie auch mental. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich komme hier nicht mehr gut durch. Und hier Läufer D5 gezogen. Aber Läufer D5 erlaubt natürlich einfach Weiß hier den Läufer zu tauschen. Und danach ist die Stellung einfach tot ausgeglichen und unentschieden. Mein Gegner spielt Turm D1. Und hiernach spiele ich Läufer C6. Jetzt hat Schwarz hier wieder leichten Vorteil. Auch nach Turm schlägt D8, Läufer schlägt D8. Aber ich hatte immer noch das Gefühl, dass ich hier nicht groß durchkomme. Und dass der Springer hier einfach alles gut verteidigt soweit. Und ich hier die Bauern auch nicht angreifen kann. Es folgt jetzt Läufer D4. Und Läufer B6. Ich wollte jetzt die Läufer tauschen. Und wie gesagt, war schon ziemlich müde und wollte jetzt einfach meinen Remis machen. Wir sehen jetzt Springer E2, A5, G3. Und die nächsten Züge sind nicht mehr besonders spannend. Es tauscht sich hier der Läufer ab. Der Springer kommt noch vor. Und hier diese Stellung ist einfach tot Remis. Und hier haben wir dann letztendlich Züge wiederholt. Okay, eine relativ unspektakuläre Partie. Ein bisschen interessant war die Eröffnung. Wo ich aufpassen musste, obwohl ich einen Bauer mehr hatte, hatte er ein sehr aktives Spiel. Und gerade im Endspiel kann man auch daraus lernen, kommt immer ausgeschlafen zur Partie. Nehmt euch genug Schlaf, genug Zeit auch, dass ihr die Stellung dann auch umsetzen könnt. Und ja, das war es, was man aus dieser Partie mitnehmen konnte. Ich hoffe, sie hat dir trotzdem gefallen. Die nächsten Partien in diesem Turnier waren etwas interessanter. Auf die kannst du dich schon freuen. Abonnier am besten den Kanal und aktivier die Glocke, damit du die nicht verpasst. Und dann sehen wir uns vielleicht schon im nächsten Video. Bis dann. Ciao.